ja hallo leute wie ihr seht ich werde mal wieder von der spinne verfolgt und zwar lauf gerade runter ins süden weil da gibt es ja kein teleporter weil da haben wir ja unsere unseren kolossus gebaut aus t3 fundamenten und ich baue da jetzt gleich weiter bei oder angefordern ziegel dann werde ich gut verwenden also wenn ich rechts im sinne habt dann müsste hier sogar jetzt noch eine irgendeine base kommt von jemand aber ich habe sogar markiert war damals da schauen wir mal kurz neun touchman haus nur circa 50 minuten jetzt gerade ist es immer kurz also die drei stunden recht wenig aber das schon okay so weil dann können die leute mehr farmen und mehr zeugs in ihre basen rein schaffen dass ich es rausholen kann oder wenn jetzt gespannt gespannt ihr flitze poker was sie mit auf der karte markiert habe warum ich das da markiert habe recht ist es ja auch schon weg auch jetzt gelöscht weil ich glaube es ist nicht mehr da man darf ja auch nur auf dem server eine einzige basis haben ja wichtig zu wissen also wenn ihr um zieht müsst ihr einen scheiß dreck mitnehmen weil sonst macht eventuell der atmen euren scheiß dreck weg und er überlegt sich dann halt wer weg macht wahrscheinlich durch drei so kleine nebenbasen haben aber das war es auch schon und bei kleinen nebenbasen da gibt es auch eine regel wie groß sein dürfen näher so kleine rate basis ich glaube so acht mal acht oder so eine rate schade ich habe extra hier ein rad gebäude baut dass man das reden kann in demnächst drin ist da du hat ein tresor wieder platziert in demnächst drin ist ja warum will denn hier niemand reden ich verstehe es nicht naja ich werde jetzt ein paar pferde geräusche verteilen dass die leute denken oder ist was drin ist muss ich reden wenn mal das pferd hier hin ja das steht jetzt daran wird immer dann dann denke die da ist was drin und wo können wir noch ein pferd rein stellen dass es wird oben vielleicht genau jetzt stellen wir noch ein pferd hier rein das soll werden dass die leute denken durch den ihre produktion drinnen lassen das aufbrechen ihr könnt dann die das holz mitnehmen und die steiner ihr könnt gar nichts mit nämlich wirklich mal steiner von uns als irgendjemand schafft in den kartenraum rein zu springen oder sich mit dem säbel japo anlegen ja und ich fange jetzt johann zu bauen und wenn ich fertig bin dürfte es gerne anschauen ihr seht ja 350 fundamente kann ich bauen allein nur durch geklautes material jetzt geht's go water 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 Vielen Dank. Es ist mir auch klar, dass wenn ich Tore baue, keine Angst, Leute, dass ich dann Material spare, aber da müsste ich ja dann Fundamente trotzdem ziehen und dann Tore draufstellen und dann oben auf den Toren auch zinnen, also ne, und ein Tor rein platzieren, da habe ich jetzt keine Lust. Ich baue lieber Fundamentwände. Und es geht ja auch darum, dass sie denken, was sind das für Idioten, da machen wir hier so komische Ecken rein und man macht es so neben dem Berg, dass die dann halt sagen, jo, ich kann voll einfach in deren Base reinspringen. Dann hüpfen die da einfach drüber und stehen auf der Wand und sind in der Base und freuen sich wie Schneekönige und denken sich Jackpot und dann kriegt sie Jackpot 25.000 Fundamente. Grundente Oh, 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 oh. lasst den haas in ruhe das soll den haas in ruhe lassen er wohnt hier also ich einfach so der dadrote hat ein friedensvertrag abgeschlossen mit den hasen und daran müssen wir uns halten und der bündnisfall eintritt dann müssen die hasen auch verteidigen ich bin zufrieden ich bin zufrieden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020